Leute, ein extrem nerviger Bug hat in Season 21 die Runde gemacht. Alle stolzen Besitzer eines Erbstückes in Season 21 konnten es entweder nicht ausrüsten oder haben es ausgerüstet. Und die Runde darauf ist das Erbstück wieder rausgeflogen. Mussten es jedes Mal wieder neu ausrüsten oder es ging erst gar nicht. Respawn hat sich vor einigen Stunden zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass ein Bug fix rausgehauen wurde und das jetzt behoben sein sollte. Darüber hinaus wurde aber die Neu-Einreihen-Funktion in Ranked vorerst deaktiviert, weil es da auch irgendwelche Probleme gibt. Genaueres wird da aber nicht weiter beschrieben. Das wollte ich euch ganz flott noch nachreichen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie zufrieden seid ihr aktuell mit der neuen Season, mit dem Map-Update und vor allem der Solo-Modus. Ich habe gestern einige Stunden gestreamt und ich hatte extrem viel Freude. Man muss seinen Spielstil zwar extrem anpassen, aber ich muss sagen, gerade die 1 gegen 1 Situation, meistens sind es 1 gegen keine Ahnung wie viele. Aber ich glaube, man kann sich gut warm spielen und kann in vielen Situationen was für Ranked mitnehmen, wo man vielleicht die ein oder andere Situation hat, wo man vielleicht doch mal ein, zwei Gegner mehr vor sich hat, wo man gerade alleine ist. Und das hilft enorm, um sich selber noch mal ein bisschen weiterzuentwickeln, weil du gehst in die Runde und hast eigentlich sofort Action. Und das macht einfach extrem viel Spaß. Und ich bin guter Dinge, dass der Solo-Modus permanent dann bleiben wird, spätestens in Season 22. Ladies and Gentlemen, das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Herrentag, wenn ihr pünktlich zum Donnerstag dieses Video sehen solltet. Darüber hinaus natürlich noch einen schönen Start ins Wochenende. Das war es von mir. Haut rein. Ciao.